So Leute, herzlich willkommen zu diesem Ankündigungsvideo. Ähm, ich werde heute 200 Abonnenten-Special-Stream machen. Geplant ist, dass ihr um 12 Uhr startet. Könnt gerne einschalten. Ähm, wird sehr lange gehen. Wir spielen Paladins, Splatoon und Fortnite. Ich hoffe, es klappt alles und ja, sollte um 12 Uhr starten. Ich hoffe, das Video schaffe ich um 11 Uhr hochzuladen. Ist ja nur ein kurzes... Na, okay, um 11 Uhr werde ich es nicht schaffen, aber halb 12 vielleicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, falls ihr jetzt schon 12 Uhr seht, um... Ja, um 11 Uhr werde ich es absolut nicht schaffen. Aber falls... Es ist ja, wie gesagt, nur ein kleines Ankündigungsvideo. Es geht ja schnell, aber ja. Um 12 Uhr startet mein 200 Abonnenten-Special-Stream, falls ihr es rechtzeitig schafft. Ähm, wir spielen Paladins, Splatoon und Fortnite. Jo, wann ich was spiele, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich kommt der E-Mail auch noch dazu im Laufe der Zeit von dem Stream. Aber mal schauen. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Habt mal schönen Tag, macht's gut. Und ja, 200 Abonnenten-Special-Stream. Würde ich sagen. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Wir werden die drei Spiele spielen. Wann und wie lange welches Spiel wir spielen werden, könnt ihr dann mehr oder weniger auch mitentscheiden. Da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher. Und ja, schaltet ein. Tschö. Ja, falaest Plus. Ja,